Und jetzt kommt unser nächster Kandidat, die kennen Sie, und wir werden sehen, ob es Ihnen danach noch blüht und ob er nicht wiedererkennt. Schnitt! Also für längere Reisen gibt es auf jeden Fall beschriebene Fahrzeuge drin, so Wohnmobile und so, also für den Wohnraum ist das jetzt nix. Aber man ist natürlich schneller nach Zielorgen. Ich sag mal, eine Stadtrundfahrt durch Berlin auf der Spree, halbe Stunde hat man alles gesehen. Auf einem Gewässer, was da Dame heißt. Ja, ich sag mal, eine Stadtrundfahrt durch Berlin auf der Sprechstelle. Ja, ich sag mal, eine Stadtrundfahrt durch Berlin auf der Sprechstelle. Ja, ich sag mal, eine Stadtrundfahrt durch Berlin auf der Sprechstelle. 1, 2, 1, 2, 1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020